Erfolgsmythos oder nicht? Erfolgsrezepte gibt es viele. Heute schauen wir uns eins an und zerlegen mal, ob das ein Mythos ist oder ob es wirklich stimmt. Und ich garantiere dir, du hast auch schon davon gehört und hast es vielleicht auch schon geglaubt. Heute geht es nämlich darum, erfolgreiche Menschen lesen viele Bücher. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und ich habe auch noch einen extra Experten für dich mitgebracht. Gehirngerecht mit Alexander Blath Ich bin Alexander Blath, ich bin Trainer und Coach und meine Klienten fragen sich, wie sie mehr Erfolg im Leben haben können, wie immer du Erfolg definierst, wie sie besser wirken können und wie sie mehr Spaß haben. Und mit über 25 Jahren Erfahrung, zuerst als Führungskraft im Vorstand und seit 13 Jahren jetzt als Unternehmer, habe ich viele sogenannte Erfolgsrezepte gehört und auch viel darüber gelesen. Und hey, ich liebe Erfolgsrezepte, aber ich finde, wir können die Dinge oftmals nicht über einen Kamm scheren. Und diese Standardrezepte, die für alle funktionieren sollen, erfolgreiche Menschen lesen viele Bücher. Ich habe neulich erst wieder einen Post gelesen, erfolgreiche Unternehmer lesen 24 Bücher im Jahr, Milliardäre sogar 50. Spannend dabei, wo diese Zahl überhaupt herkommt, warum gerade 24, warum nicht 27 und wer da gefragt wurde. Ich denke, an dieser Stelle sollten wir vielleicht, bevor wir weiter darüber nachdenken, mal einen Experten zu Wort kommen lassen. Ich habe einen absoluten Experten, den ich jetzt hier mit dazu schalte, Professor Blath. Er berät die Bundeskanzlerin, er berät Vorstände der großen DAX-Unternehmen und kennt sich wirklich mit dem Thema aus. Herr Professor Blath, was sagen Sie? Auch bei einer Analyse einer breiten Grundgesamtheit an relevanten Probanden war de facto keine signifikante Korrelation zwischen dem periodisch gemessenen Gesamtinput an papierbasierten Wissensressourcen und einem per Definitionen monetär geprägten Renumerationsoutput feststellbar. Okay, was Professor Blath sagt, dass es letzten Endes einfach keinen Beweis dafür gibt, dass zwischen dem Lesen vieler Bücher auf der einen Seite und dem Erfolg auf der anderen Seite ein Zusammenhang besteht. Und die gute Nachricht, es besteht auch kein Zusammenhang dazwischen, das viele Bücher lesen nicht erfolgreich macht. Wir lesen ja häufig diese Posts und da geht es dann zum Beispiel um Jeff Bezos, es geht um Warren Buffett, es geht um Bill Gates. Schauen wir uns das doch mal näher an. Macht das Sinn, was da gesagt wird? Also zuerst mal Jeff Bezos, der Mann ist 152 Milliarden schwer, hat die vor allen Dingen mit Amazon verdient. Dass der sagt, Lesen ist gut, ich glaube, das ist durchaus etwas, das können wir gut nachvollziehen. Aber hey, Bill Gates und Warren Buffett sind ja beide zumindestens mal finanziell erfolgreich. Also macht es Sinn, darüber nachzudenken, ob dieser Erfolg was mit dem Lesen zu tun hat. Ich stelle mal die Gegenfrage, vielleicht haben die jetzt Zeit, jetzt wo sie erfolgreich sind und haben vorher die Zeit gar nicht gehabt. Die Problematik mit solchen Aussagen ist, dass ich zum Beispiel auch die umgekehrte Aussage genauso gut treffen kann. Ich kann nämlich sagen, dass Menschen, die, ja, Menschen, erfolgreiche Unternehmer, die keine Bücher lesen, erfolgreicher sind, weil sie eben keine Bücher lesen. Also, um wirklich zu wissen, ob viele Bücher zu lesen erfolgreich macht oder nicht, müssten wir ja nicht nur drei befragen, sondern wir müssten alle erfolgreichen Unternehmer befragen oder zumindest sehr viele davon. Da beginnt bereits die Frage, wie definiert ihr denn Erfolg? Wir könnten natürlich monetären Erfolg nehmen und, aber auch dann bräuchten wir eine große Gruppe und müssten feststellen, ob wirklich alle erfolgreichen Unternehmer viel lesen oder ob es erfolgreiche Unternehmer gibt, die gar nicht lesen, die vielleicht die Zeit für was anderes nutzen, nämlich für ihre wertschöpfenden Aktivitäten. Und wir müssten die Gegenprobe machen, wir müssten hingehen und müssten untersuchen, ob von den nicht erfolgreichen Unternehmern, wie viele von denen viel lesen. Denn wenn von denen auch viele lesen, dann würden wir feststellen, es hat überhaupt nichts mit dem Lesen zu tun. Und das ist nämlich der Punkt dabei. Es gibt keinen Beweis dafür, dass es, wie es der Professor so schön ausgedrückt hat, eine Korrelation, also einen Zusammenhang zwischen dem Lesen und dem Unternehmer gibt. Ich könnte auf dieselbe Weise im Übrigen auch zum Beispiel sagen, dass Papierkörbe aus Plastik die Wahrscheinlichkeit einer Corona-Infektion erhöhen. Warum? Naja, indem ich einfach schaue, die Menschen, die Corona haben, wie viele von denen haben einen Papierkorb aus Plastik, wie viele haben einen aus Metall. Die Problematik bei der ganzen Geschichte ist nur, es gibt einfach generell mehr Papierkörbe aus Plastik denn aus Metall. Deswegen kann ich hier keinen Zusammenhang letzten Endes konstruieren. Das heißt also, wenn wir uns diesen Erfolgsmythos anschauen und bitte versteht mich richtig, ich liebe es zu lesen, ich lese es selber gerne. Und wenn du gerne liest, dann lies so viel, wie du kannst. Wenn du aber nicht gerne liest, musst du dir kein schlechtes Gewissen machen, deswegen, dass du nicht gerne liest. Das hindert dich nicht unbedingt am Erfolg. Deswegen können wir bei diesem Erfolg, bei dieser Erfolgsaussage, bei diesem Erfolgsrezept, ganz klar sagen, es handelt sich um einen Erfolgsmythos. Hey, es gibt natürlich ein Buch, bei dem du definitiv sicher sein kannst, dass es dir auf dem Weg zum Erfolg hilft und das ist selbstverständlich mein E-Book beispielsweise. Okay, ich bin da etwas befangen in der Beurteilung, aber du findest den Link zum E-Book unten in den Shownotes. Dort tragen wir den auf jeden Fall ein. Und wenn du auch gleich an deinem Erfolg arbeiten willst, dann bleib doch dran, schau dir das nächste Video an, abonniere auf jeden Fall meinen Kanal. Du wirst hier regelmäßig Erfolgstipps bekommen und die, die sind praxiserprobt, die sind aus der Erfahrung heraus. Also, ich freue mich auch von dir zu lesen, zu welchen Themen du von mir gerne Videos haben möchtest. Ich freue mich auf Kommentare, auch wenn du die Dinge anders siehst, andere Erfahrungen hast. Und ja, wie gesagt, bleib dran, wir sehen uns! Und ja, wie gesagt,